Eben, eben, eben. Ja, ich hatte es echt irgendwie gehofft. Das wäre so mega krass einmal gewesen. Ich hätte zwar echt... Ich hätte mich zwar echt gewundert, wie das gehen soll. Aber, naja. Hast du noch was entdeckt? Nur Kohle. Ich meine, Höhle oder sowas? Nee, nee, nee. Bis jetzt noch nicht. Oh je. Gibst du einen Teil. Na, jetzt reicht es aber. Oh Gott, ich bin seit Tag... Das so seit Tagen. Das Bisa Floh kommt mir schon wieder so bedrohlich an. Viel Spaß. Oh, oh, oh. Ist das eine Hölle? Hab ich Glück. Oh ja, hier ist eine Höhle. Oh, sehr schön. Warte, ich komme gleich zu dir. Dort, wo der Larverfluss ist. Ich baue hier nur noch fix die Kohle ab. Ja, ich bin mir auch schon wieder Kohle mit. Alter, wie viel verdammt noch mal Kohle ist denn hier drin? Was lieb, wenn er einer eisen irgendwo geben würde? Ja, bin ich voll deiner Meinung. Also wenn du noch Zeug brauchst, sag Bescheid. Ich hab, wie gesagt, noch in Massen dabei. Ja, ich bin hier gerade noch wieder beim Kohle abbauen, zum größten Teil. Aber Kohle ist ja auch wichtig, da kann man auch mal wenigstens Brennstoff. Gibt's auch, haben wir auch so eine Mod-Tritte, die aus Holz, Holz-Kohle macht oder sowas? Äh, das geht schon immer. Ach so, ja stimmt ja. Da brauchst du keine Mod für? Nee, du musst einfach nur Holz... Ja, Holz in den Ofen hauen, fertig. Ah, das hab ich ja vergessen. Wie schon gesagt, ist schon so lange her. Ja, behaupt auf meinem Kanal, überhaupt mal, dass ich mal Make-up-Ticket gespielt habe, seitdem die in der Welt nicht mehr ging. Ist ja kein Ding, wir sind alle hier, wir sind alle hier, um gemeinsam da zu lernen, zu machen. Eben, eben, eben. Ah, na toll, ich darf natürlich genau an dem Bisa-Flo vorbei. Hallo Kleinstein. Oh, viel Spaß. Hi Bisa-Flo, ciao Bisa-Flo. Okay. Ah ne, die... Oh, ich dachte, die Höhle wäre schon zu ändern. Äh... 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 Ach, da oben bist du drinnen. Ja, ich komme jetzt von der innen Seite wieder raus, so ein bisschen. Haben wir jetzt noch was? Oh! Äh... 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 Was wir hier so an... ...Items gefunden haben, einfach mal durchlesen, was das so alles bringt. Ah ja, genau. Ist ja eh auf Deutsch, oder? Ich gucke mal, was einfach so... Das steht da nicht drinnen. Das steht nicht drinnen. Wir müssen uns das dann mal... Irgendwie so zusammentragen. Mal. Bei Gelegenheit. Ah, du bist da unten drinne? Ist da... Höh... Alter... Äh... Ich bin grad hier... Hi. Hi... Gehts auch? gut ich nehme mir die kohle noch bisschen mit komm mal runter hier ist eine riesen höhle ja ich ich hab dir hier schon einen kackhaufen gebaut ich sag ich sag schon ich hab dir einen kackhaufen gebaut und du sprichst hier runter ok und dann müsst ihr nicht mehr zu helfen ja wo ja ich würde sagen wir gehen erstmal hier so oder wollen wir uns aufteilen und hier wieder treffen und denk dran fucking immer links aber warum die rechts alter das geht so tief runter was und ich sehe eisen ich sehe eisen das ist schon mal gut naja hast du noch ein bisschen stückchen holz bevor du mich verlässt holz ja wegen fackeln oh das war der falsche knopf ok das brauche ich nicht ich hab auch noch dieses hier ja das reicht alles danke hat da hier so ein haufen zeug brauchst du noch spitzhacken oder so nö da hab ich noch die die baue ich mir dann selber wenn ich das zeug habe aber ich kann jetzt mit dir kommen meine hülle ist schon zu ende alter sei bloß vorsichtig hier ah da unten ist auch eisen naja ich muss mich erstmal vorsichtig hinarbeiten äh 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 alter es geht hier noch weiter leck mich doch eisen eisen immer ran damit so fackel 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 äh die höhle ist so riesig was haben wir hier schon wieder gefunden ich weiß es nicht versteck verhoffen dann so leck wäre es pokémon drin aber sonst diamanten oder was das auch immer ist ne platt stein ne steh doch dran achso ja kristallärzt mit den eisspitzhackern naja geht glaube ich auch mit der stein aber ne letzte mal hab ich das mit stein probiert das ist kaputt achso ja dann immer drauf deswegen hab ich dir die eisspitzhackern gegeben oh was safir für was ist eigentlich safir genau gut kannst du gucken brauchst doch bloß eingeben und damit eigentlich alles oder weiß ich nicht musst du gucken und wo kann ich das eingeben einfach musst einfach mit e reingeben ins menü und dann gibst du unten safir ein mhm sapir so dann kann dann gehst du einfach mit rechtsklick dann gehst du einfach mit rechtsklick drauf dann kannst du sehen was du damit alles machen kannst kannst du dir die kabelfassade kannst du dir ne safir axt machen oh in den haupthand angriff 1,6 geschwindigkeit ja ja cool also kannst du Schwerter braucht man ja relativ eigentlich nicht ne eher selten also das eigentlich so gut wie gar nicht also kannst du aus dem safir halt alles alles übliche machen nice also steht doch überall dran also man ist nicht so komplett verloren das habe ich denn da eingegeben das habe ich denn da eingegeben Eisenschweif aha tm aha ach du hast ne tm gefunden das ist das ist das ist ne attacke kannst dein pokémon beibringen ne kann ich hier bauen wenn ich will Eisenschweif cool eisenkugel eisenmünzen mhm alter diese 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 höhle ist zu krass eisenplatten also wir müssen hier echt aufpassen dass wir uns dann wiederfinden also wie gesagt meine Fackeln die ich setze sind immer links damit wir damit ich mich auch wieder zurück finde so ein fackeln rechts aber es aus reisenplatten noch alles macht ganz steht nicht dran doch aus den aus den eisenplatten kannst du auch vieles machen also da musst du mal gucken das stand jetzt nicht so großartig Alter oh eisen eisenodem oh ja eisodem alter was ist das denn bitte für ne Höhle leute ich find mich ja nie wieder raus nie wieder hm ich weiß nicht wie wir sind scheinend abzweckungen gegangen ja oh noch eine abzweigung scheiße hier gibt es 10.000 abzweigungen ich hab hier sogar teilweise 3 stück 3 verschiedene stockwerke das merkst du ja gerade hier selber das ist wieder so ein riesen Ding an der Höhle alter wir wollten doch bloß kurz mal gucken was ist los hier und vor allem das witzige ist ich find schon wieder nur Kohle weißt du ich renne hier durch die ganze scheiß Höhle und finde nur Kohle dafür kann ich nicht 63 reicht naja besser Kohle anstatt wie nie wir brauchen immer ein paar Fackeln das dürfen wir auch nie vergessen ah ah Eisen toll ich finde sowas nicht aber auch nur so 6 Blöcke ja Eisen ist immer so ein bisschen rar ich sag's doch ich werd mich hier nie wieder rausfinden nie wieder im Leben wir sehen uns dann irgendwann im nächsten Jahrhundert wieder so wenn ich dann hier rausgefunden habe ja ich werd mich unten dann einnisten ja wenn ich nicht rausfinden soll Steine fressen oh man aber ich hab noch hab noch Rubine gefunden Eisen und oh ja und Kristallerz oh ja yeah ich finde nur sowas läppiges warum zur Zeit dass ich Diamanten finde ich mag das nicht was ich da grad höre was so fick höre ich hier grad da hörst du auch so ne Geräusche oh Saphir schon wieder einer was für Geräusche ich höre Musik ja was für Musik normale Musik oder oder so so komisches weiß ich nicht wie man das beschreiben soll japanisch oder sowas japanisch chinesisch sowas in der Art achso also irgendwelche hörmische Mucke ich hab grad irgendwelche Geräusche gehört und ich weiß nicht was ist warte ah ne das ist die Musik die ist so komisch jetzt gehts wieder rauf oh ich höre wieder Kristallärzt okay also ich bin hier ich bin jetzt tatsächlich am Ende eines Zweigs angekommen wow das Problem ist bloß es geht hier in sämtliche Richtung weiter ja bei mir auch ich hab auch noch ne Abzweigung gefunden okay also hier muss ich dann eisen oh Alter nein was was warte wow ich hab's geschafft Ende ne Abzweigung Kleinstein höre ich gerade okay hier ist nicht viel aber hier gehts auch hoch mal ey mach keine Kacke aber Alter wie wie tief gehts denn hier bitte runter leck mich wir sind momentan so tief in den Berg drin da kann alles scheiße passieren naja deswegen und du weißt na gut laufen wirst du ja hören zum Glück hört man das auch ja oh nein oh oh yes ich bin gerade übelst viel eisen oh das hört schon gar nicht mehr auf ja immer her damit immer ran kann man nachher viel bauen ich muss doch gerade auf die Pokébälle kann man nachher gar nicht auf ein bisschen bauen sobald ein bisschen Farbe da ist super wie viel wie viel eisen wie viel erz hast du ich hab jetzt 27 ich hab nicht viel ich hab vor nur hab vor nur 6 Blöcke gefunden ach so ich hab jetzt insgesamt 27 Blöcke aber hier unten finde ich gerade noch ein bisschen was anderes oh Kohle vergessen ne die muss mit fürs einschmelzen ist die bisschen wichtig und bringt sogar fahren wo gehst du Alter das geht oh boah ah ein eisenblock ein oder dahinter kann ich schon noch mehr zwei ah gut dahinter kann ich schon noch mehr vier fünf scheiße so dann machst du mir jetzt hier die Forschung wo gehen wir zuerst lang Jungs ich geh mir hier in die oder gehen wir tiefer wir gehen tiefer ich hab Haufen Saphir gefunden und Turbine oder oder nein Amethyst Erz hab ich gefunden das ist doch auch gut warum find ich immer sowas läppiges sag mal das ist doch nichts besonderes mehr ist doch vollkommen okay Hauptsache wir finden was das ist ja das ist alter es ist ich bleibe oh was oh mehr jetzt gehts mal abend jetzt auch mal hier los Musik einfach so instant Musik hier gehts noch nein okay viel spaß oh zwei angelangt ah ich seh deinen Namen ich glaub du kommst bald auf mich zu wenn das so weiter geht ja ja ich seh du bist direkt neben mir ja so ein bisschen oh was hab ich denn da Saphir versteckt sich einfach unter Kohle Saphir guck dich mal in der Decke immer auf da oben mach ich ja eine Decke Kohle Kohle und nicht nur ein Saphir was ist denn da eigentlich das noch zu krabbeln ach so shit wir sehen ja nur alter wir entfernen uns immer weit von uns also ich bin relativ nah weit dir ach so tut der kack das gibt doch eine unterörtliche Unterörtigkeit ja cool puh ich mach erstmal brauche erstmal neue Fackeln shit äh na gut dann muss ich mir jetzt schnell mal ne 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 eine Kiste bauen also wieso bist du voll? ne ich brauche ähm Schönen wir mal? Im jeden Fall, das komme ich. Hier hoch muss ich. So, hier in der Fakke. Zum Glück launen hier nicht Gefahren, die dich einfach angreifen können. Das ist wirklich sehr, sehr positiv. Doch schon, die Pokémon an sich, aber die tun dir ja nicht weh, wenn du kein kampffähiges Pokémon hast. Ja, deswegen. Obwohl das klein nice wäre, wenn die dir auch wehtun, wenn das nichts beschützt. Es ist ein mages Gestein, Alter. Hör in die Matrasse wieder aufhören. Oh, bitte. Ich hab das Fenster offen. Immer bei der Aufnahme, das ist so scheiße. Er weiß doch, wie das ist. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Da macht irgendwie eine Kacke und dann... Aber du kannst das Fenster auch nicht immer zulassen. Wenn es so warm wird drinnen und draußen regnet, jetzt gerade kommt frisch Luft rein. Oh, ich hör dich. Echt? Ja. Ich sehe deinen Namen aber gerade nicht. Zumindest sehe ich ihn jetzt auf dem ersten Blick. Ja, du bist unter mir. Ich bin über dir. Ich bin über dir. Ah, doch. Ja, genau. Oh, meine Spitzhacke. Ja, da hab ich gerade gehört. Hm. Shit. Brauchst du ein... Dings? Das ist echt eng. Warte, ich kann da... Huch. Warte, warte mal. Ich baue jetzt mal schnell. Ich baue kleiner... Was? Alter, meine... Meine Werkbank ist weg. Die ist einfach... Die spawned. Warte, wo bist du direkt unter mir? Warte, 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 warte. Ey, wenn ich hier hinreine, kriege ich Schaden. Was ist los? Alter, achso, okay. Ich verhungere nur. Okay, das ist normal. Wie tief geht es bei dir runter? Nicht tief? Sicher? Ja. Wo bist du? Bleib jetzt aber dort stehen. Warte, 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 warte. Du bist direkt unter mir. Ja, einfach nach unten graben. Hi. Mahlzeit. good. Jawsch...